Guten Morgen zusammen, mein Name ist Jan-Marco und Sie sind auf dem YouTube-Kanal Jans Welt der Deutschen Sprache. Das ist das 43. Video aus der Videoreihe Die Aufgaben zu Lektionen und gleich geht die Aufgabe 6 zur Lektion 23 los. Schreiben Sie die passenden Endungen und den richtigen Possessivartikel ein. Diese Aufgabe hat zehn Beispiele. Für die ganze Aufgabe haben Sie fünf Minuten Zeit. Gleich danach sehen Sie die Lösungen. Schauen Sie sich zuerst das Beispiele an. Upišete odgovarajuće Nastavke i tačan prisvojni član. Ovaj zadatak ima deset primera. Za cel zadatak imat ćete pet minuta. Odmah nakon toga vidjet ćete rešenja. Pogledajte najprej primer. Beispiel Beispiel Lösung Ich habe eine Tochter. Meine Tochter heisst Isabel. Markus Ich habe eine Tochter. Lukas Frau Vielen Dank. 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 Vielen Dank.